Cousin, Hermano, wo bist du? Oh mein Gott, ich hab dich kurz erschrocken, Alter. Aus zu ihm nix. Ich bin am Telefon. Ola, du hast mich angerufen, Cousin. Hä? Ola, Ola, ich höre dich nicht. Warte mal, leg mal kurz auf. Leg du auf, Hermano, ich kann nicht auflegen. Muss ich nochmal anwarten? Ola, Cousin. Hermano, Cousin. Ja? Warum rufst du an, Hermano, und redest dich? Ich wusste nicht, dass ich anrufe. Denk. Ah, wo bist du, Hermano? In dem Auto, ich bin mit Sosa und mit... Warte. Da kann mein Kopf nicht reden, aber ich glaube, das war zu. Denk. Ah, si, ok. Wenn du Sosa abgesetzt hast, kannst du mich von Sandy Sosa holen? Warum lachst du? Warte. Ich kann jetzt nicht auf die Linkslage schauen. Warte. Ein Flughafen. Ja. Schi vom Flughafen. Ok. Wir müssen noch mal ganz kurz, wir haben jetzt Zeit. Ok, klick auf und machen alles. Bis gleich. Nö, egal. Also, hier gibt es nicht... Ja. Ja.